auch nicht schon wieder hier so ein titel ich habe hunger ich habe sie nur einmal gespielt ich habe alle getötet ja das war mir klar deswegen bin ich nämlich schon auf der suche nach volle schweiz da hat sich doch wer erschrocken würdig sagen bei der kackenschwester laufen sehr witzig also einer einmal hat er mich gerade erwischt aber es ist kein fluch gibt keinen fluch ok ok so zu langsam auf jeden fall hat er die kümmerzmaske auf schwarz super du hast anscheinend kein nah genaues teil dabei komm ich nicht durch er ist in der nähe vom schiff ja geht doch geht doch jetzt liegt endlich auf dem boden nummer eins ich wusste dass du da oben bist dann wäre ich zu dir mitgemacht was er bringt mich in den keller da was zu spielen vorbereitet ja 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 ein drittel bei mir noch ich glaube er teleportiert sich sie fängt mich gerade ab ja ja sie kommt jetzt zu mir hier hoch zu dem schon heute ja ich mache weiter der nächsten garator Ich stehe genau unter ihm jetzt gerade. Dann nimm Speer und jagst ihn durch. Das war gerade echt knapp. Wenn ich langsam über ein Fenster hier rübersteige, sieht er das nicht, ne? Nee. Alter. Er ist am Schiff. Ja, ja. Ich hätte ihn eben gerade nur mehr. Ja, er ist oben. Er hat auch den Perk drin, dass du diese super Fähigkeit check hast, wenn er ihn kaputt gemacht hat. Okay. Ja, er verfolgt, glaube ich, gerade Rainer, ne? Nein. Nein. Maaann. Nee, 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 Rainer. Äh, äh. Was denn? Na. Äh. Äh. Ihr wart ziemlich dicht bei mir in der Nähe. Bist du nicht ganz dicht? So, darf jetzt endlich mal aus dem Keller rauskommen? Ja. Sind weg. Nein, 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 nein. Wir laufen nur noch auf da rum. Achso. Ja. Ich hab den Herzschlag wieder. Ja, ja. Aber ich muss ihn wieder oben reparieren, wieder weiter. Young und ich machen das alles und, äh, wenn's dann soweit ist, dann könnt ihr alle herkommen. Ja, meiner ist fast fertig. Ich bin im Schrank hier, unter dir. Immer noch. Ich muss jetzt erst mal noch einen, äh, Generator finden. Drei vierze hab ich meinen. Nein. Ich will nicht mehr viel. Funktioniert, geile Sache. Ich wollte durchziehen. Mit ein bisschen Übung geht alles. Yes. Er ist bei mir rum und macht jetzt auch den Generator da kaputt. Das war heftig. Ha, 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 ha. Oh, ho, ho, ho. Oh, es fehlte nur noch eine Sekunde. Eine Sekunde hat gefehlt. Warte, ich versuch ihm ein bisschen Angst einzujagen. Ich mach ihm Angst. Eie, ei. Ah. Ist er noch bei dir, Young? Nein. Welche Richtung ist er gegangen? Er ist irgendwo beim. Er ist in der Nähe vom Schiff. Ja. Da. Ja, er ist hinter mir. okay ich bin gleich bei ihr daneben 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 da bist du dann okay bitte einmal weglocken ich will den generator machen ja super weggelockt gar nicht so dann wie weit hast du es mit dem super fähigkeitscheck ja wir machen wir fertig hier irgendwie mein perk ist hier nicht das kann angesprochen ein glück rechts von uns dann er läuft jetzt zu der tür da recht zu dem tor ich kann ihn blenden wenn er in die nähe kommt oder ich kann es versuchen er hat mich nicht gesehen er hat mich nicht gesehen er kommt jetzt zu euch ich mache das tor hier vorne auf zu lange festhalten ok tor wird geöffnet zur hälfte komm schon tor ist auf wo seid ihr beiden am ausgang was ja weißt du was da ist was ist das was macht ihr da ja ihr macht uns mit einem schlag weg der hat den scheiß fluch drin krieg ich raus wir kommen krieg Sessi du schaffst das ja bringen wir den paraten mal zum haken ähm Dante sind wir beide einer meinung ja ist ein richtiger Assis wisst ihr das so richtige Assis seid ihr ha 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 ist ein richtiger mieser das war die Rache weil du davor abgehauen bist als ich Killer war das ist die Rache geht mit haben wir die Rhym hat ist das